So, herzlich willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ein weiteres spannendes Video mit dem Koinoseur, dem Sebastian Wischowski, auch einem YouTuber im Edelmetallbereich, speziell im Sammlerbereich, denke ich, bist du auch sehr fit, aber grundsätzlich habe ich heute mal das Thema deutsche Münzen ausgewählt und so spontan wie wir sind, unterhalten wir uns einfach mal ein bisschen über die Chancen und Möglichkeiten, die sich ergeben. Wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie unbedingt dran. Was ist das Thema Gold und Silber? Vielleicht möchtest du mal ein bisschen was zu der Münzserie sagen und auch zu der Möglichkeit, die sich jetzt ergibt, weil die Serie endet ja jetzt mit dem Dom zu Speyer und die 100 Euro Goldmünzen sind ja nicht nur was für Sammler, sondern auch für den klassischen Anleger. Also erzähl doch mal ein bisschen was über die Serie. Ja, aus meiner Sicht sind die deutschen Goldmünzen, wenn man so will, der letzte sichere Hafen im Bereich deutscher Münzen allgemein. Denn wenn man guckt, andere Sammelgebiete, also jetzt die 5 Mark Münzen, mit denen wir vielleicht als kleine Jungs noch groß geworden sind und die wir ins Sammelalbum getan haben oder 10 Mark Gedenkmünzen, da muss man ganz einfach sagen, die Preise gehen in den Keller. Also vieles wird zum reinen Silberpreis gehandelt. Wenn man auch noch weiter zurückguckt, Drittes Reich, Kaiserreich in mittelmäßiger Erhaltung, das ist nur noch Silber wert. Also da ist ein Teil dieses Sammelgebietes weggebrochen. Nun hat es ja zwei gegenläufige Trends gegeben. Zum einen die deutschen Goldmünzen, wie du schon angesprochen hast, und die Polymermünzen, die ja in den letzten Jahren einen ganz großen Hype erreicht haben. Aber inzwischen, glaube ich, ist nicht nur mein Eindruck, da auch schon wieder langsam den Bach runtergehen. Also wenn man sich die Wertentwicklung anguckt, ist definitiv rückläufig. Und deswegen ist für mich, wenn du mich nach deutschen Münzen fragst, sage ich immer wieder, die deutschen Goldmünzen sind wertmäßig der letzte sichere Hafen. Und welche davon? Es gibt ja in verschiedenen Nominalen. Also es gibt die 100 Euro, es gibt 20 Euro, es gibt verschiedenste Größen. Aber was wäre so dein Favorit, wenn du sagst, als Anleger in Bezug auf eine Krise, ich möchte mich ein bisschen absichern, ich möchte den einen oder anderen Euro nicht in amerikanische Goldmünzen investieren, ich bin hier deutscher Patriot, ich möchte auch eine deutsche Münze. Was würdest du da empfehlen? Ganz klar, die 100 Euro Goldmünzen, einfach weil es die am längsten gibt. Wurden ja 2002 das erste Mal geprägt. Ein paar Jahre vor war noch völlig undenkbar, dass Deutschland Goldmünzen rausbringt. Und heutzutage haben diese 100 Euro Goldmünzen, sind für mich eine deutsche Bullienmünze, wenn man so will. Sie sind ja offiziell keine Bullienmünzen, aber die Bundesregierung will weiterhin keine deutschen Anlagemünzen rausgeben. Und diese Münze ist halt dadurch, dass sie eine halbe Unze Gold hat, nah am Goldpreis verkauft wird und dann noch in einer netten Schatulle verkauft wird mit einem Echtheitszertifikat, mit einem geringen Aufschlag auf den Goldpreis sind, die aus meiner Sicht interessant, gerade auch für Einsteiger, sowohl für Sammler als auch für Anleger. Da kann man recht wenig mit falsch machen. Also was ist noch zu sagen, es gibt zwei Ergänzungen. Bullien, für diejenigen, die das Wort nicht kennen, Bullien bedeutet Anlage im Deutschen. Also Anlagemünzen sehe ich auch so. Das sind die letzte Möglichkeit für mich im deutschsprachigen Raum oder die aktuelle letzte Möglichkeit, auf Eurobasis aus deutscher Herkunft zu investieren. Die Münzen werden in verschiedensten Prägestätten, in den Buchstaben A, D, F, G, J geprägt. A steht für Berlin, wir haben Stuttgart, wir haben Karlsruhe, wir haben München und wir haben Hamburg. Und so hat jeder Buchstabe seine entsprechende Herkunft statt. Am beliebtesten sind die Berliner. Das liegt natürlich daran, dass es auch die meisten sind. Das heißt, der A wird im Regelfall immer ein bisschen teurer gehandelt. Und so gab es dann halt, wie gesagt, vom Jahr 2002 bis jetzt ins Jahr 2019 verschiedenste halbe Unzen Goldmünzen oder umgekehrt auf Nominalebene 100 Euro Goldmünzen. Und ja, die wurden sehr häufig auch sehr nah am Goldpreis gehandelt. Deswegen sehe ich die auch als klassische Anlagemünzen. Wir haben viele Kunden, die kaufen die im Komplettset, also in allen fünf Buchstaben, weil die auch sagen, ich habe mir die über die Jahre weg gesammelt. Jetzt tränt natürlich ein Auge als Händler. Die Serie geht zu Ende. Aber spannende Neuigkeiten für Sie. Es gibt eine Nachfolge. Und der Herr Wischowski hat hier auch schon sein Näschen in den News-Streams gehabt und kann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Sebastian, was kommt denn als Nachfolger? Zuvor waren es ja die Weltkulturerbe, die in Deutschland behandelt wurden. Was haben wir jetzt für ein Thema? Ja, jetzt ab 2020 kommt eine Miniserie mit drei Ausgaben zum Thema Säulen der Demokratie und dann eben Einigkeit, Recht und Freiheit. Also da werden dann die Grundsäulen unserer Verfassung in Gold geprägt. Die Rahmenbedingungen haben sich nicht geändert. Also es ist weiter eine Unze Feingold. Der Preis wird am Anfang des Jahres von der Bundesregierung festgelegt. Die Auflagen sind auch ungefähr gleich geblieben. Aber das Motiv ist neu und ganz spannend finde ich jetzt auch, dass es eine Miniserie ist. Also dass man recht schnell die Serie kompletieren kann. Aber zum einen ein neues Thema, aber ansonsten Kontinuität bei Gold. Also es bleibt eine halbe Unze Feingold, richtig. Und wir werden die alte Münzserie, also die Euro-Münzen aus dem Jahr 2002 bis ins Jahr 2019 hier unter dem Video auch mal verlinken. Die bieten wir auch im Online-Shop an. In der großen Vielfalt sind auch immer gut verfügbar. Es gibt etwa 150.000 bis 170.000 Münzen, glaube ich, pro Motiv. Und also mit den verschiedensten Prägebuchstaben. Deswegen ist auch immer wieder viel im Umlauf. Also erfahrungsgemäß wird viel davon auch bei den Banken und bei den Händlern wieder zurückverkauft, wenn sich wieder jemand ein bisschen was leisten möchte, um das Gold zu verkaufen. In Bezug auf den Crash und den Krisenfall ist es natürlich fraglich, ob die Säulen der Demokratie dem Ganzen wieder standhalten. Aber soweit möchten wir uns jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Zumindest mit Gold abgesichert. Das ist hier der doppelte Boden. Genau, also Sie haben eine Absicherung mindestens auf den Materialwert. Und von daher, von meiner Seite war das schon alles für das Video. Ich würde Ihnen sagen, geben Sie uns unbedingt mal einen Daumen hoch. Dem Sebastian gerne auch auf seinem YouTube-Kanal. Den werden wir auch unter dem Video verlinken. Ich freue mich drauf, wenn Sie das nächste Video wieder einschalten. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Schreiben Sie mal hier unten in die Kommentare, hat Ihnen das gefallen? Oder sagen Sie, Herr Kettner, langweilig, ich will nur Krise. Dann reden Sie bitte nur über das Thema. Das interessiert uns persönlich, denke ich auch. Aber ich fand es sehr sympathisch, dass du uns heute besucht hast. Danke. Ja, großen Schönen.